Nakara Asana, das Krokodil. Du bist entspannt in der Rückenlage. Öffne deine Arme auf die Seiten. Die Hände sind geöffnet. Leg deine rechte Zehe unter das linke Knie. Atme ein und zieh mit der Ausatmung dein Knie auf die linke Seite. Roll deinen Kopf nach rechts. Du kannst nun dein Knie mit der linken Hand halten. Atme zwischen deine Rippen. Roll deinen Kopf mit der nächsten Einatmung zurück ins Zentrum und streck dein Bein mit der Ausatmung. Zieh jetzt dein linkes Bein an und leg es auf die rechte Seite. Dein Kopf rollt nach links. Die Schultern bleiben auf der Erde. Der Atem strömt zwischen die Rippen. Einatmen. 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 Zurück ins Zentrum. Ausatmen. Beine strecken. Zurück in die Ausgangslage. Überdeck. Wie. Wie. Wie.